Es gibt einen Ort auf dieser Welt, zu dem passen die Worte Gigantismus, Lebensfreude und Spielhölle so gut wie zu keinem anderen. Ich rede hier natürlich von Las Vegas. Las Vegas, einer dieser Orte, wo sich alles um Glücksspiel, alles um Gigantismus dreht und natürlich auch um Lebensfreude. Und ein Immobilienunternehmen, das ist hier vor allem zu Hause, nämlich Vichy Properties. Jetzt wirst du dich natürlich fragen, Moment mal, Vichy, was ist das denn eigentlich? Kennt man das? Ja, sollte man kennen. Denn die Immobilien des Unternehmens, die sind weltbekannt. Excalibur oder auch der weltbekannte Caesars Palace gehören zu Vichy. Aber auch die Luxor Pyramide in Las Vegas, das Mandala Bay, New York, New York gehört mit dazu oder The Mirage. Hier sind wirklich weltbekannte Immobilien ja im Unternehmen zu Hause und deswegen schauen wir uns mal einige Daten an. Vichy Properties, 54 Immobilien, das ist nicht viel. 11 Mieter, das ist nicht viel. Aber eine gigantische Mieteinnahmensumme in Höhe von 2 Milliarden 923 Millionen 800 Tausend Dollar im Jahr. Das ist wirklich unglaublich. Die Restlaufzeit der Mieter-Verträge im Durchschnitt 42 Jahre und die Rent Collection, also wie viel der Miete wird wirklich gezahlt? 100 Prozent. Das sieht man bei kaum einem Immobilienunternehmen. So langlaufende Verträge, so hohe Mieten und dann auch noch die komplette Miete, die beim Unternehmen landet. Das ist wirklich Wahnsinn und deswegen richten wir unseren Blick heute auf Vichy Properties, ein Unternehmen, das in der letzten Woche in meinem Portfolio gelandet ist. Wie immer vorher der Hinweis, das Ganze natürlich keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Das ist hier am Ende meine Anlageentscheidung. Was ihr daraus macht, das müsst ihr für euch entscheiden. Aber wir gucken uns das Unternehmen jetzt mal etwas genauer an und starten mit einem Rückblick. In das Jahr 2017, da startete nämlich Vichy Properties an der Börse, übrigens ein Real Estate Investment Trust, damals mit einem adjustierten EBITDA von 690 Millionen US-Dollar. Und in den Jahren darauf, da ging es immer weiter nach oben. Ihr seht es unten eingeblendet mit immer weiteren Immobilien, immer weiteren Liegenschaften und vor allem mit immer weiter größeren Mietern. Ein wirklich interessanter Verlauf, seit 2017 ein unglaubliches Wachstum. Mittlerweile ein adjustiertes EBITDA von fast 3 Milliarden. Das ist wirklich, wirklich irre. Und da müssen wir uns natürlich fragen, wie schafft man es, solch hohe Einnahmen, solch hohe Mieteinnahmen zu generieren. Aber zuerst der Blick auf den Aktienkurs. Seit Beginn 2020 sehen wir natürlich, wie bei allen Unternehmen im März 2020, ging es ordentlich nach unten. Doch seitdem bis Mitte 2022 dann ein wirklich kontinuierlicher Aufwärtstrend. Und seitdem, ja, ein bisschen nach unten. Aber wie bei vielen anderen Immobilienwerten ein großer Einbruch. Den gab es bei Vichy Properties nicht. Mal auf Jahressicht gesehen, und da sehen wir etwas über 10% nach unten gegangen. Das kann sich wirklich, wirklich sehen lassen im Vergleich zu anderen Immobilienunternehmen. Vichy scheint also etwas richtig zu machen. Und das liegt vor allem an den Immobilien, die man besitzt. Und an dem Modell, welches man hier im Unternehmen vorantreibt. Gucken wir mal drauf. 54 Immobilien gehören mittlerweile dem Unternehmen. Und davon liegen, zumindest was die Mieteinnahmen angeht, fast 50% in Las Vegas. Aber wir sehen es, 15 Staaten insgesamt in den USA, wo man vor allem Glücksspieltempel betreibt. Und in den USA ist das so, dass das oft große Casinos sind, wo dann wiederum aber noch Malls drin sind. Besprechungsräume für Schulungen etc. Aber auch ganze Event-Locations und natürlich riesige Hotels mit angeknüpft. Und diese Liegenschaften, die gehören Vichy Properties. Und damit hat man sich hier in einem Sektor breit gemacht, der ziemlich reglementiert ist. Zumindest für die Mieter. Aber unglaublich lukrativ ist für die Vermieter und Mieter. Und das sehen wir eben an allen Kennzahlen in diesem Unternehmen. Hier noch einmal der Blick auf Las Vegas speziell. Und da sehen wir hier eingeblendet im Orangeton die Immobilien, die zu Vichy gehören. Und wir sehen ebenfalls eingeblendet die Areas, die Bereiche, wo man hier Boden besitzt. Die grenzen oft an eigene Immobilien an. Zum Beispiel an das Caesar Palace. Und hier könnte man noch weitere Liegen schaffen, weitere Projekte in der Zukunft vorantreiben. Wenn wir uns die Mieterstruktur anschauen, ich habe es schon gesagt, 11 Mieter insgesamt. Und man fährt ein sogenanntes Triple-Net-Lease-Modell. Und das ist wirklich interessant. Denn das bedeutet, dass der Mieter alle Kosten trägt. Von der Versicherung für das Objekt, über die Nebenkosten, über alles, was an Renovierungsarbeiten anfällt. Der Mieter zahlt alles, kriegt dafür eine etwas günstigere Miete. Und Vichy Properties ist an der Stelle raus. Man vermietet, aber für alle Kosten kommt der Mieter auf. Caesars ganz klar, ganz vorne mit 18 Immobilien als Mieter. Dann MGM Resorts mit 13. Und dann noch ein paar weitere Mieter. Pure Casinos vor kurzem mit dazugekommen mit 4 Liegenschaften. Dazu später nochmal mehr. Ja, das Unternehmen, das ist von der Immobilienanzahl nicht sonderlich groß. Aber interessant, wie man sich aufgestellt hat. 54 Liegenschaften und insgesamt mittlerweile 60.300 Hotelräume, die man betreibt. Über 66.000 Gaming-Einheiten, also zum Beispiel Slot-Automaten, die die Mieter von Vichy hier aufgestellt haben. In den Liegenschaften über 500 Retail-Outlets, 50 Entertainment-Areas. Es ist wirklich Wahnsinn, was diese Immobilien beherbergen. Dass das Geschäftsmodell erfolgreich ist, das zeigt sich auch an der Dividenden-Politik. 2018 ging es los mit 1,15 Dollar pro Jahr. Und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. 1,19 Dollar, 1,32 Dollar, 1,44 Dollar, 1,56 Dollar. Und jetzt sind wir mittlerweile bei 41,5 US-Cents je Quartal angekommen. Macht 1,66 Dollar auf Jahressicht aktuell an Dividende. Damit ist man deutlich über 5% unterwegs. Und die Steigerungen, die können sich wirklich sehen lassen. 7,6% durchschnittliche Dividenden-Steigerung pro Jahr. Und das lassen die Zahlen tatsächlich auch zu. Das Ganze ist gut gedeckt von den Mieteinnahmen. Man schüttet hier nicht allzu viel aus. Man ist hier natürlich wie ein Reed im oberen Bereich. Aber man ist ja auf keinen Fall an irgendwelchen kritischen Grenzen. Interessant und das sorgt auch für Zukunftsfantasie. Nicht nur, dass neue Immobilien mit dazukommen, sondern auch das Thema indexierte Mietverträge. Aktuell 50% aller Mietverträge, die angepasst werden können an die Inflation. Und in den nächsten Jahren geht das hoch auf bis zu 96% im Jahr 2035. Woran liegt das? Das liegt an den Mietverträgen selbst, die teilweise so geschlossen werden, dass in den ersten Jahren keine Mietanpassung an die Inflation möglich ist. Dafür vielleicht fixe Mietanpassungen. Später dann kann die Inflation mit reingenommen werden. Und das sehen wir hier eben. Alleine ab 2032 über 80% dann an CPI-Protections in den Mietverträgen. Das ist wirklich gut und das hat Zukunftspotenzial. Vor kurzem ist man dann noch in ein weiteres Land gegangen, nämlich Richtung Kanada und dort hat man nun vier Liegenschaften erworben und zwar vier Casinos, unter anderem eins in Calgary. Und auch da wieder, es sind dann Liegenschaften, wo man nicht nur einfach an Tischen spielt oder an Automaten, sondern wir sehen es rechts bei den beiden Liegenschaften. Hier hat man dann gleich noch einen Horse Racetrack, also Pferderennen, die auf diesen Liegenschaften veranstaltet werden. Und gleichzeitig sichert man sich damit natürlich ein hohes Interesse und am Ende eine hohe Cash-Generierung bei den Mietern, die das dann in Form von der Miete natürlich an Vichy Properties zum Teil weiterreichen. Ob man nun im Bereich Glücksspiel investieren möchte, das muss jeder für sich entscheiden. In dem Fall sind es aber hier natürlich nur die Immobilien und nicht Glücksspiel selber. Aber man geht auch in andere Bereiche. So besitzt und betreibt Vichy Properties mittlerweile vier Golfplätze in den USA. Ein Business, in dem man wirklich gut vorankommt. Und auch hier sind die Erträge wirklich erstaunlich. Da zeigt sich einfach, Golf ist ein teures Hobby. Und das kommt auch hier beim Immobilieneigentümer bzw. Landeigentümer an. Man ist ja auch in weiteren Bereichen aktiv. Man experimentierte ein bisschen rum außerhalb dieser Glücksspielsphäre. Man hat da einfach unterschiedliche Projekte aktuell. Man hat sich auch bei unterschiedlichen Firmen und Objekten die Rechte gesichert, um in den nächsten Jahren Immobilien zu kaufen. Das heißt dann, ein Unternehmen verkauft seine Immobilie, mietet das Ganze dann zurück. Und das läuft dann eben mit diesem Triple-Net-Lease-Modell, sodass Vichy Properties dann die Miete kassieren kann, ohne weitere Kosten zu haben. Wie sieht es aus bei der Verschuldung? 99% der Raten sind gefixt. Also hier muss man sich erstmal keine Sorgen machen. Durchschnittliche Restlaufzeit 6,4 Jahre. Und bei der Nettoverschuldung NetDebt sind wir bei etwas über 16 Milliarden. Das kann man alles gut stemmen. Über die nächsten Jahre ist das bis zum Jahr 2030 sehr, sehr gut verteilt. 2032 wird dann deutlich mehr fällig. Das ist aber eine einmalige Sache aufgrund von einzelnen Übernahmen. Das wird sich aber über die nächsten Jahre sicherlich abflachen. An sich muss man sagen, das Unternehmen kommt aktuell mit der Verschuldungssituation sehr gut zurecht. Total Assets noch ein Blick wert. Zum 31. Dezember 37,57 Milliarden. Und bei vielen Immobilienunternehmen ist es ja so, dass aufgrund von Bewertungsabschlägen die Total Assets sinken. Nicht so hier bei Vichy Properties. Mittlerweile zur Jahresmitte 2023 über 42,25 Milliarden an Total Assets. Das ist definitiv eine Wachstumsstory. Ein zum Schluss noch guter Vergleich. Warum habe ich jetzt hier eine erste Position bei Vichy Properties im Depot, warum habe ich die eingerichtet, gekauft, wie auch immer. Wir sehen hier einen sehr, sehr guten Vergleich zwischen Vichy und anderen REITs. Und da zeigt sich einfach die hohe durchschnittliche Miete. Hier 54 Millionen, über 54 Millionen Dollar an Miete pro Asset pro Jahr. Während bei anderen REITs 460.000 US-Dollar normal sind. Und gleichzeitig die unglaublich gute Rent-Collection. Man kriegt 100% der Mieten, die in den Mietverträgen vereinbart sind. Bei anderen REITs sind es 70 bis 99%. Gleichzeitig kann man trotzdem die Same-Store-Rent weiter nach oben schrauben. Hier liegt das Wachstum bei durchschnittlich 1,9%. Bei anderen REITs im Schnitt 0,4%. Und wie gesagt, man hat hier dann auch auf lange Zeit bei fast allen Verträgen eine Knüpfung an die Inflationsrate, sodass hier automatisch dann auch weiteres Mietwachstum garantiert ist. Und das Totschlag-Argument schlechthin 42 Jahre Restlaufzeit der Verträge. Nachteile, und das muss man an der Stelle natürlich ganz klar sagen, die noch relativ geringe Mieteranzahl, 11 Unternehmen, und sollten die Top-2-Unternehmen hier Probleme bekommen, dann hat auch Vichy Properties ordentliche Probleme. Aber an der Stelle schätze ich das Risiko als relativ gering ein. Selbst in der Corona-Pandemie war es so, dass die Tempel in Las Vegas und im Rest der USA sehr schnell wieder geöffnet hatten. Und vor allem, dass auch die Kunden wiedergekommen sind. Und dementsprechend konnte hier auch der Vermieter, in dem Fall Vichy Properties, weiter gute Erträge generieren. Und weiter auch im Krisenjahr die vollen Mieteinnahmen kassieren. Das sieht man wirklich selten. Das sieht man bei wirklich wenigen Immobilienunternehmen. Ich finde es eine tolle Geschichte bis jetzt. Mal gucken, wie es weitergeht. Die Mietsteigerungen sind ordentlich. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren auch so weitergeht. Kennst du Vichy Properties? Hast du es im Depot oder vor, hier mal zuzuschlagen? Deine Meinung gerne unten in die Kommentare. Und in der kommenden Woche zeige ich euch dann das gesamte Immobilienportfolio. Welche Aktien aus welchem Bereich halte ich aktuell? Also abonnieren auf keinen Fall vergessen. Macht es gut und habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video.